Heute in Brisant bei uns neue Details zu den tödlichen Schüssen in Hanau, wie die Angehörigen der Opfer damit umgehen und Zeichen gesetzt werden. Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Außerdem bei uns, Ben Affleck, gibt tiefen Einblick in sein Seelenleben, was er am meisten bereut, verrät er gleich in Brisant. Bis später. Herzlich willkommen zu Brisant und wir legen gleich los. Nach der Gewalttat in Hanau ist die Ratlosigkeit groß und auch die Sorge. Die Frage steht im Raum, wie lässt sich so etwas eigentlich verhindern, dass ein hasserfüllter Rassist losziehen kann und zehn Menschen erschießt. Diese Tat hat tiefe Wunden gerissen, besonders in Hanau natürlich, wo man zutiefst verunsichert ist und einige nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Solidarität, Zeichen setzen, egal wo, auch bei der Berlinale zum Beispiel. Nach den Schüssen von Hanau stehen Menschen in ganz Deutschland auf, um zu zeigen, das sind nicht wir, das ist die Tat eines gestörten Mannes. Hass und Rassismus dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Wir stehen an eurer Seite, an der Seite derjenigen, die Angehörige verloren haben und jetzt mit dem Erlebten umgehen müssen. Gleich bei uns in der Sendung Neuer Lebensmut. Wie ein kleiner Junge gemobbt wurde, daran fast verzweifelt wäre und mit viel Zuspruch und Unterstützung auch von Prominenten übrigens neuen Mut gefasst hat, erzählen wir dann später. Zu unserem nächsten Thema. Am Ende war der Druck dann doch zu groß auf die Ärzte, die die Behandlung übernommen haben. Das Clan-Mitglied aus Montenegro, das mit Schussverletzungen in Hannover behandelt wurde, musste heute seine Heimreise antreten. Kritik wurde laut, zum einen, dass der Mann überhaupt in Deutschland ärztlich versorgt wird und zum anderen der enorme Aufwand, ihn zu beschützen. Heute sind in Stuttgart Passagiere aus Deutschland gelandet, die mit der Lufthoffe aus der besonders vom Coronavirus betroffenen Provinz Wuhan geholt wurden. Sie sollen die nächsten 14 Tage in einem Hotel unterkommen, in einer Art Quarantänestation. Auch wenn das vielleicht dem einen unter anderem in der Nachbarschaft so ein bisschen Angst macht, so extrem wie in der Ukraine wird es nicht. Dort gab es heftige Ausschreitungen. Aus Angst vor dem Coronavirus schlägt Rückkehrern aus China blanke Gewalt entgegen. Seine Geschichte ist eine, die von großer Verzweiflung und Ausgrenzung erzählt, aber auch von Hoffnung und einer Welle der Solidarität. Dieser Junge hier ist anders als andere Kinder und das musste er in der Schule immer wieder erfahren, so oft, dass er fast daran verzweifelt wäre. Aber er hatte viel Zuspruch bekommen, sogar von Prominenten, wie zum Beispiel von Schauspieler Hugh Jackman, ja und dadurch neuen Lebensmut geschöpft. Eine Geschichte, liebe Zuschauer, die zeigt, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und Grenzen im Kopf zu überwinden. Ja, hoffentlich. Westlich von Hannover gab es einen tödlichen Unfall und das war die Folge. Sollte es das schon gewesen sein, diese Frage stellte sich Heidi Henningsen, als sie die Diagnose erhielt, sie habe Lungenkrebs und das im fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet meist, es gibt kaum noch Hoffnung. Doch Heidi wollte eines ganz sicher nicht, sterben. Dank einer neuen Therapieform und starkem Überlebenswillen ist ihr gelungen, was viele einfach mal für unmöglich gehalten haben. Es wird prominent bei uns mit einem Hollywood-Star, der einen tiefen Einblick gibt in sein Seelenlieben. Ja, dass man gescheitert ist, regelrecht am Boden lag, das geben wohl die wenigsten gern zu. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist das noch viel, viel schwieriger. Ben Affleck hat das jetzt aber getan. In einem Interview offenbart er, mit welchen Problemen er in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte und was er dadurch verloren hat. Das bereut der Filmstar heute zutiefst. Und jetzt rollen wir den roten Teppich aus für die Berlinale. Und begrüßt wurden zur Eröffnung sehr, sehr viele Stars. Der britische Schauspieler Jeremy Irons ist ja der diesjährige Jurypräsident. Wie er sagte, eine große Ehre für ihn. Aber auch andere Stars präsentierten sich von ihrer schönsten Seite. Berlinale-Zeit ist ja aber auch die Zeit für Promi-Partys. Und während die einen schon feiern, kommen andere wie Johnny Depp gerade mal an. Da bin ich mir ganz sicher. Ich gehöre auf eine Comedy-Bühne, hat sie mal gesagt. Und in der Tat. Gloria von Ton und Taxi sorgte alleine mit ihren Punkfrisuren in den 80ern für den einen oder anderen Schmunzler. Sie ist ja dafür bekannt, dass sie sagt, was sie denkt durchaus. Und schert sich eher weniger darum, was die anderen Leute davon halten. Am Sonntag wird die Regensburger Schlossherrin 60 und wir werfen einen Blick zurück auf das Leben der Fürstin, die bis heute polarisiert. Eine Fürstin mit Widersprüchen, durchaus ein schillerndes Leben zusammengefasst in einer Bildergalerie auf brisant.de bei uns. Und jetzt zeigen wir, warum Till Schweiger neuerdings auf Schildkröten abfährt. Unsere Promi-News. Sehr schön. Er wollte eigentlich Basketballprofi werden, jedoch wurde er erst mal Stand-up-Comedian und dann schließlich Schauspieler. Jamie Foxx hat viele große Rollen gespielt und er ist einer der wenigen Künstler, die es geschafft haben, sich sowohl im Filmgeschäft als auch im Musikbusiness durchzusetzen. Für sein schauspielerisches Talent, das er im Film Ray als Musiklegende Ray Charles bewies, wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet. Sein Song Blame It bescherte ihm auch einen Grammy. Aktuell hat er einen neuen Film am Start und da ist ihm ein ganz persönliches Anliegen. Und das war's schon von uns. Morgen machen wir Platz für den Wintersport und am Montag begrüßt sie dann Mareile hier im Studio. Ein wunderschönes Wochenende für Sie. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao. Ciao.